warum bin ich eigentlich wieder ein paar stunden zu spät warum bin ich drei tage zu spät das alles noch viel mehr in diesem video willkommen zu den channel news heute am 3. september 2020 mit der 10. ausgabe der channel news 2.0 ich habe irgendwie gerade meine anmoderation verlernt aber na gut klären wir doch einfach mal die frage ich hoffe das passt übrigens so mit dem licht weil es ist schon dabei dunkel zu werden hier oben wenn ich das licht an mache werde ich nur von hinten angestrahlt wenn ich das licht an mache dann werde ich nur von der seite angestrahlt wenn ich hier den vorhang ding hier hoch mache bin ich ganz überbelichtet jetzt habe ich mir vor mir auf meinem bildschirm auf meinem fernseher hier ist ja mein fernseher hier habe ich mir jetzt einfach ein weißes bildschirm gemacht ich hoffe das passt jetzt so wenn nicht dann haut ab also warum kam denn nun keine videos jetzt muss ich natürlich so gucken ich muss immer wenn ich auf meinen zettel gucken muss ich so gucken weil hier ist das mikrofon genau von meiner fresse warum kamen drei tage lang keine videos beziehungsweise ich habe drei tage lang nichts aufgenommen seit sonntag für euch kam nur gestern und heute keine videos bis jetzt auf das hier aber das problem war ganz einfach dass ich seit montag morgen ich sag mal so der klo oder das klo das war in den letzten tagen mein bester freund ich glaube mehr sag ich auch nicht den rest könnt ihr euch denken ja äh das kam dann dazu dass ich nicht dazu kam was aufzunehmen tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen ich bin da nicht mal zur schule gegangen aber äh ja dementsprechend konnte ich auch da nichts aufnehmen ich hab ich wollte ein video aufnehmen ich wollte eine donkey kong folge aufnehmen allerdings da habe ich mir schon vorher gedacht ich schreie da so viel und wenn ich das so viel schreie da muss ich gerade noch mehr okay wir lassen das jetzt okay ihr wisst was jetzt los ist jetzt geht es wieder los normal am dienstag war das ne am dienstag da ging es mir am dienstag abend da ging es mir eigentlich wieder wunderbar ich wollte da sogar ein video aufnehmen habe ich mir gedacht ich nehme das morgen weil ich habe da keinen bock mir was aufzunehmen dienst mittwoch morgen es ging direkt wieder los ich weiß nicht mal was überhaupt los war ich glaube ich habe irgendwas gegessen ich habe sonntag habe ich so eine tiefkühlpizza haben wir alle tiefkühlpizza gegessen da war noch eine gewesen also wir haben da samstags haben wir noch welche gekauft und eine die war noch also wir haben die alle schon aus der verpackung genommen und in äh tiefkühlschrank gelegt weil ansonsten nichts reingepasst hätte deshalb da war noch eine tiefkühlpizza auch entpackt die schon so ein paar monate drin lag ich weiß nicht welche ich davon gegessen habe es kann sein dass die das war und die nicht mehr ganz gut war auf jeden fall ich bin jetzt wieder für euch da und ihr hattet gestern kein video die videos minecraft videos von montag dienstag hatte ich schon sonntag aufgenommen aber auf jeden fall letzte woche was war letzte woche los wir haben eigentlich schon ist diese woche schon fast rum aber ja letzte woche ist links awakening geendet ja dazu möchte ich auch am ende noch was sagen nach dem kommentar der woche vielleicht ist euch da was bei den aufrufzahlen aufgefallen das werde ich auch noch aufklären na gut was heißt aufklären ich werde darauf hinweisen äh donkey kong country 2 ja diddy's conquest heißt es glaube ich ist auch äh letzte woche gestartet ne montags war das glaube ich ich glaube es sind 6 folgen da an dieser Stelle müssten es normalerweise schon äh 8, 9, 10, 11 folgen sein heute also heute um 18 Uhr hätte eigentlich die elfte Folge kommen sollen stattdessen sind ja 6 stücke da ja kommen wir erstmal zu den dingen von dieser woche diese woche ist schon fast vorbei aber ich sage es einfach mal ganz offiziell normalerweise von montag bis sonntag ich wollte einen weißen bildschirm ich habe das ding auf pause stehen warte mal ich mache das hier mal schön an so jetzt müsste das nicht mehr ausgehen so jetzt bin ich ein bisschen weißer belichtet wieder also minecraft ultimate normalerweise also den kompletten monat kommt das ja jetzt als hauptprojekt ne von äh montag bis sonntag 14 uhr das wurde dieses ja äh diese woche nix weil gestern kam keine Folge heute kam keine Folge morgen wahrscheinlich auch nicht weil die Folge die müsste ich heute aufnehmen und auch schneiden das mache ich heute nicht mehr weil ich muss dieses noch dieses Video noch schneiden und nehme wahrscheinlich heute noch eine Folge donkey kong auf wenn ich es noch schaffe ich weiß es nicht wir haben jetzt schon wieder 19 Uhr 6 wahrscheinlich kommt diese Folge schon wieder komplett zu spät aber na gut deshalb minecraft ultimate 14 uhr sehr wahrscheinlich wieder erst ab samstag oder wenn es gut läuft vielleicht kann ich das dann morgen noch irgendwie aufnehmen wobei ich morgen um äh 13 uhr glaube ich einen termin noch habe oder ich glaube früher ich weiß es gar nicht muss ich dann so ein bisschen gucken ich weiß nicht wie lange das dauert auf jeden fall äh wenn es gut läuft kommt das erste minecraft video dann sogar schon morgen um 16 uhr wieder glaube ich allerdings eher nicht so ab Montag sollte es natürlich auch wieder losgehen mit donkey kong also es sollte ganz normal regulär weitergehen mit donkey kong country 2 um 18 uhr natürlich Montag bis Sonntag das wird natürlich auch nix äh hier war es nicht so dass ich schon zwei Folgen aufgenommen habe die kamen am Montag ganz nix nee ich habe gar nix aufgenommen und deshalb kam Montag Dienstag Mittwoch und heute nix äh also das geht dann sehr wahrscheinlich auch wieder morgen los wie gesagt ich werde sehr wahrscheinlich die Folge gleich noch aufnehmen vielleicht aber auch nicht also 18 uhr morgen kann aber auch sein dass es wieder ein bisschen verspätet kommt aber ich glaube eher nicht Marek hat 8 Betrug darf diese Woche natürlich nicht ausfallen normalerweise kommt das ja immer mittwochs wie ihr euch das jetzt denken könnt habe ich das auch nicht aufgenommen deshalb kommt sehr wahrscheinlich dann auch Samstag 16 uhr war nicht eben schon irgendwas mit mein äh nee also wenn ihr Glück habt dann kommt äh es kommen Samstag drei Videos und dann morgen der Livestream das ist doch so ein kleiner Test weil eventuell habt ihr mitbekommen ja ich werde in den letzten seit dem sechs nein seit dem sechs jahres live stream den zwölf stunden live stream werde ich ja öfter mal gehaterated von irgendwelchen NWO-Lern und Mimon Barakas und ja die sind mittlerweile fast in jedem Stream mittlerweile ist das schon Routine geworden und äh ja da waren auch Kommentare beim letzten Vorgangsstream beispielsweise waren da Kommentare wie zum Beispiel was ist denn das für ein Spiel das spielen doch nur kleine Kinder das war Fallgeist ja ähm und dann ist das jetzt so ein kleiner Teststream morgen Teststream morgen und auch endlich mal damit wir mal fertig werden mit dem Projekt ich hab's schon lange angekündigt äh Layers of 4 2 das große Finale der 100% und natürlich auch endlich die Story Erklärung nimmt das Mikrofon überhaupt auf ja Story Erklärung und Layers of 4 2 zu 100% mal gucken was sie diesmal wieder schreiben oder ob sie überhaupt kommen oder nicht 18.30 Uhr es gibt diesmal wieder reguläre Streamzeiten es ist nicht wieder so dass ich um äh 20 Uhr wieder aufhören muss nein diesmal haben noch mehr Zeit und zwar jetzt für immer ja oder? ja ja also äh der Stream der kann wieder dauern bis um beispielsweise 22 Uhr ne also jetzt das sind jetzt wieder die regulären Streamzeiten die Streams gehen halt jetzt wieder länger die Freitags Streams kommen wir jetzt schon zum Kommentar der Woche das ist aber noch nicht noch nicht das letzte was wir heute machen werden äh kommt dieses mal wieder vom äh Agenten der war doch schon mal da und zwar unter den letzten Genius da hab ich euch ja gefragt möchtet ihr mal wieder Comedy Videos sehen und wenn ja welche also von welcher Person der Agent hat da geschrieben äh er will Susannes dunkle Vergangenheit sehen er war da auch nicht der Einzige doch er war der Einzige mit der Susanne äh Dings äh Dunkelvergangenheit unter dem Video allerdings hab ich schon Monate vorher Monate das ist das die letzte Susanne Video ist gerade noch vielleicht zwei Monate her aber okay ja ja das stimmt sogar auf jeden Fall äh ihr habt mir schon zahlreich geschrieben dass ihr die dunkle Vergangenheit sehen wollt und ich muss ganz ehrlich sagen es war nie geplant dass so ein Video kommt wo ich die dunkle Vergangenheit aufkläre das Ganze hab ich oder der besser gesagt der Motten Mutant ja der hat das in Staffel 3 Folge 1 hat er das mal gesagt zu Ramona Scheiers dass Susanne eine dunkle Vergangenheit hat allerdings hab ich mir da als ich dann das Skript geschrieben hab das Drehbuch hab ich mir da nichts weiter dabei gedacht deshalb ist mir da auch nichts eingefallen bis heute auch noch nicht was ich da machen soll aber mir fällt schon noch was ein da dürft ihr euch schon gespannt sein ne komplette Staffel wird's nicht es wird sehr wahrscheinlich ein Einzelvideo das wird wahrscheinlich so ein Rückblick aber das ist dann ein bisschen schwer weil äh normalerweise ich hab ja schon so ein bisschen vorgesorgt und auf Nummer sicher bin ich ja gegangen falls ich hab ja gesagt eine fünfte Staffel wird nicht kommen aber falls ich kenn mich ja selber sehr gut und weiß dass wahrscheinlich doch irgendwann ne fünfte Staffel kommt deshalb hab ich mich schon darauf vorbereitet weil ich wusste nämlich äh bevor ich die vierte Staffel und somit auch die die letzte Staffel aufgenommen habe wusste ich dass ich äh das Zimmer hier tausche ne ich war ja vorher in einem anderen Zimmer jetzt bin ich ja hier das war ja eigentlich vorher das Wohnzimmer aber jetzt jetzt ist das halt mein Zimmer das Wohnzimmer das ist eigentlich jetzt drüben aber na gut ich hab's ich hab die Story schon erzählt also deshalb das stand schon vorher fest dass ich hier hinkomme bevor ich Staffel 4 überhaupt gedreht habe aber da hab ich mir gedacht das sieht ein bisschen blöd aus wenn äh Staffel 4 direkt na äh an Staffel 3 angrenzt und ich dann irgendwie hier bin und nicht mehr da drüben hab ich mir deshalb gedacht ich nehm die vierte Staffel noch ganz schnell auf bevor ich dann hier hin bin hab dann die vierte Staffel aufgenommen bin dann hier her allerdings wenn ich dann jetzt diese äh dunkle Vergangenheit mache dann muss das ja vor der allerersten Folge spielen der ersten Staffel und da war ich halt auch da drüben das heißt das ist dann auch ein bisschen blöd weil ich hab nämlich in der letzten Folge okay wir lassen das einfach auf jeden Fall hab ich in der letzten Folge gesagt dass Susanne umzieht halt und dann falls dann halt ne fünfte Staffel kommt dann ist das halt hier damit das Sinne ergibt wir lassen das jetzt einfach versteht sowieso kein Mensch hier was ich hier überhaupt rede auf jeden Fall dunkle Vergangenheit von Susanne wird auf jeden Fall kommen Staffel 5 das wird wahrscheinlich auch kommen aber wir ihr habt das noch nicht von mir gehört irgendwann vielleicht Weihnachten 2023 ich weiß nicht ich mutiere langsam wirklich zu Blöxthu ne ich sitze hier schon die ganze Zeit so und erzähle irgendwas ich fehlt mir noch mal Lala Lala auf jeden Fall wir kommen wieder zurück zum allseits bekannten Mimo und Baraka Hate Raid der NWO ich denk mal dass das jetzt dazu gehört aber eventuell ist euch das in den letzten Wochen aufgefallen dass äh viele meiner letzten Links Reckening Videos irgendwie viele Aufrufe also im Vergleich zu den anderen Videos viele Aufrufe auf meinem Kanal gemacht haben und bevor jetzt ja ich hab das schon mal angesprochen weil mir ist das auch schon aufgefallen es gibt zwar viele viele ja ist ja auf meinem Kanal ne viele Aufrufe auf diesen Videos allerdings gibt es normale Like Anzahl und normale äh ich hab die ganze Zeit Comedy im Kommentar Anzahl ne allerdings die äh Dings Zahl die die Views die gehen halt steil nach oben und bevor ihr das möchte ich jetzt mal auflehnen bevor ihr irgendwie denkt dass ich die mir selbst irgendwie gekauft hätte oder gecheatet hätte nein ich kann mich da beruhigen hab ich nicht wovon ich allerdings eher ausgehe ist dass das auch diese äh wunderbaren äh Herrschaften hier sind die uns ja immer im Stream wunderbar überraschen und die irgendwelche Informationen äh über mich sammeln ich hab die letztens auch gesehen mit eventuell kennt ihr das noch ich hab ja eben vergangenen März ein Experiment gemacht wo ich einfach mal einen neuen äh Account erstelle gebt euch da von E-Mail Adresse und Passwort und dann schauen wir mal was ihr mit diesem Kanal macht das lief eigentlich relativ gut der YouTube Kanal zumindest ja dann hab ich vor einigen Monaten oder halt dann als das zu Ende war hab ich natürlich auch dieses Konto gelöscht sowie auch die dazugehörige E-Mail Adresse nun äh das war glaube ich am Montag war das gewesen oder Sonntag Montag nee es war in der Nacht von Sonntag auf Montag da war das gewesen Montagmorgen bin ich aufgestanden nein ich bin nicht aufgestanden und musste direkt auf Klo laufen das kam erst später auf jeden Fall äh ich hab geguckt ne ganz normal ganz normal Wecker gestellt natürlich hab dann Wecker ausgeschaltet morgen oder hab ich da plötzlich auf meinem Handy so eine Benachrichtigung gesehen ja irgendwie da wurde ich auf irgendwelchen Dating Webseiten angemeldet mit dieser E-Mail Adresse von dem Experiment obwohl ich die schon lange gelöscht habe da hab ich mal geguckt ich hab da ja meine Programme von letztem Jahr noch nicht von letztem Jahr vom letzten Mal wo ich halt das gemacht hab ne ich konnte ja nachgucken wer sich alles damit angemeldet hat und dann hab ich auch gesehen dass ein Account wir okay ne vielleicht soll ich das nicht sagen weil dann provoziere ich diese Leute noch mehr auf jeden Fall gehe ich stark davon aus dass es auch diese Leute waren die sich diesen Account wieder irgendwie zurückgenommen haben und die kamen ja auch irgendwie an meine private E-Mail Adresse ja und irgendwie denke ich auch die wollen meinen Kanal einfach zerstören ja die versuchen glaube ich mit ihren ganzen wunderbaren Live Chat Nachrichten die sie in den wunderbaren Livestreams immer hinterlassen dass sie damit irgendwie meinen Kanal ins schlechte Licht drücken und ich dann von YouTube höchstpersönlich gesperrt werde wegen ähm hier wie nennt sich das hier ne Verstoß gegen die Community Richtlinien kein sauberer Umgang in den Kommentaren oder sowas oder im Livestream Chat ich glaube die wollen mich damit so ein bisschen zerstören die wollen meinen Kanal von YouTube fernhalten die sind auch kurz davor das zu schaffen möchte ich nur mal sagen denn die übernehmen fast den kompletten Kanal ne das stimmt nicht aber sie kommen irgendwie dem immer näher was wollte ich jetzt sagen jetzt habe ich das wichtigste was ich sagen wollte natürlich vergessen normalerweise vergisst man immer Sachen die nicht so wichtig waren aber jetzt habe ich natürlich genau das vergessen was am wichtigsten war wie lang bin ich schon wieder hier schon wieder 15 Minuten das kann doch wohl nicht wahr sein was bin ich denn blöd genau mit diesen ganzen Views denke ich doch mal dass die dann diese Views für meine Videos weil ich habe mich da auch so ein bisschen informiert und ich habe da gelesen dass man nicht nur Views für seinen eigenen Kanal kaufen kann sondern auch für einen anderen Kanal deshalb gehe ich mal stark davon aus oder die gucken sich das halt alles einfach so an aber das denke ich mal nicht weil dann hätten sie wunderbare Bewertungen da gelassen so wie im Livestream immer ich gehe mal stark davon aus dass sie sich dann Klicks gekauft haben allerdings nicht für sich selbst sondern für mich um es so aussehen zu lassen dass ich selbst mir Klicks gekauft habe so dass ihr denkt dass ich mir halt die Klicks gekauft habe ich glaube die wollen so ein bisschen den Kanal zerstören das kriegen sie aber nicht hin falls jetzt irgendjemand hier von euch ist ja der da mitmacht ich weiß nicht was euch das bringt weil ihr werdet mich so schnell nicht von YouTube los ich bin dann wie so eine Zecke ich speise mich fest und verfolgt euch verfolgt euch wie die Ratten im Keller äh das war so eine kleine Ansage jetzt von mir ähm das war es aber auch bevor ich wieder komplett ausraste äh und wieder komplett überziehe was ich jetzt sowieso schon wieder getan habe möchte ich sagen danke fürs Zuschauen falls ihr noch da seid dann äh schreibt doch mal Hashtag Ansage in die Kommentare ich weiß doch auch nicht das war auf jeden Fall das war der Strolli mit den Channel News 2.0 heute am 3. September 2020 das war der Strolli mit äh den A Bit of Late News bis zu der was was denn bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und ciao privat bH 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 Vielen Dank.